Was ist los? Gruppenführer, sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Ziehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Was mich lässt, in deiner Gamping einzuschlagen? Stehen bleiben. HALTER! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!